So Leute, wir werden jetzt auf jeden Fall Pudisgold-Solo-Duo zocken. Ähm, ich werd mal kurz gucken, ob der das, ähm, an ist. Jo. Nice. Lust. Jetzt würden wir uns mega freuen, wenn ihr mal alle ein Abo und ein Like da lasst. Ist kostenlos für ihren Bruder. Okay. Hau. Benoit, kennst du mich noch? Ich bin im Urlaub. Moin, der von Azofi und Moin, Noah. Ich habe mich noch über den Kronberts bekommen. ein er wäre ein voll geiler geiler Lied im puren Gold Modus wie viel Geld hast du für Fortnite ausgeben? keine Ahnung auf jeden Fall ähm äh so mein Vater liest sich das durchführen wie mir man bald spenden kann und dann könnt ihr spenden weil schon bestimmt 3-4 Leute geschrieben haben macht immer so, dass man hier spenden kann ist aber nicht Pflicht zu spenden also wenn ihr was spenden wollt könnt ihr spenden wenn ich so relativ egal in dem Fall wenn wir den Ziel den Nächsten auch die 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 wenn es überhaupt klappt können wir eigentlich privat schreiben keine Ahnung das müsste ich mir mal durchlesen privat schreiben ich kann nicht 20 Euro spenden Leute ich werde das jetzt einstellen dann könnt ihr mir was spenden das ist aber kein Muss die die das ist das ist das ist der Bist der beste Ehre. Kennst du mich noch? Ja, kenn ich. Das ist so ein Quatsch. Ja, ich bin auch lost. Ja, ich bin. Ah, ich hab nur einen bekommen. Lust. GG. Blutgeier. No. Auf jeden Fall kein Blutgeier. Äh, bin in Kroatien. 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 Aha. Leute, auf jeden Fall alle mal gerne ein Like droppen auf ihren Bruderbasis. Alle, die jetzt am Start sind. So. Auf jeden Fall, wenn ihr noch keinen Supporter-Creator, einfach mal ihren Bruder so. Fanti. Nimm. Oder. Wenn. Und ready. Okay. Ist jetzt noch 35 Grad. Kannst du meinen Creator-Code eingeben? Ja. 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 Ich hab einen Supporter-Code zu machen. Digga, als ob du dir, Digga, nie im Leben, als ob du der Cousin bist von, äh, von, äh, von, äh, der den Support grade hat. Digga, hab ich eingegeben, eingegeben, Leute, wir werden uns jetzt einfach mal jemanden aussuchen. Digga, wenn der mich pushen würde, ich hätte jetzt direkt 5.000 Abos. Hm. Wen joinen wir denn mal? Ich join mal gar kein Spiel, mal solo. Soll ich ihn fragen? Kannst du machen. Nein, geht gar nicht mehr. Du kannst mir das, äh, du kannst mir das, sobald du dir, Digga, wie es heißt. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Aha. Leider habe ich das heute nicht als Video, wo ich heute 11 Kills gemacht habe und nur 1000 EP bekommen habe, weil ich keinen Battle Pass habe. Das ist mies, nur 1000 EP für 11 Kills. Das ist mies. Das ist mies. Wo geht denn, du da? Lass dich. z hat gesagt er macht es vielleicht okay also durch 200 Kader ich meine dazu er spielt ja eigentlich nicht so oft Fortnite hat ja sein Bruder Niki hat er schon mal pro Kill immer Geld gegeben ich meine 10, 15 Euro war das t 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 abonniert komm, was wollen die? Weiß ich nicht Und er macht nicht zu viele Videos, weil er viel zu tun hat. Ja... Ich dachte noch, äh... Ich darf nicht mehr lange. Können wir bitte normal spielen, ne? Was hast du schon gewesen? Wo seid ihr denn? Ah, den. Na, ein Kameroboter frei. Na, Roboter bock nicht. Guck mal, Marlon. Ich hab mir den freigeschaltet. Jan, komm mit, ich will gehen, dann spielen wir alleine, Leon. Ja, lass mal rumzuspielen. Ich hab irgendwie Bock. Gerne, verlass ich. Ja, ich hab mir. Ja, ich hab mir. Wolle nehmt das. Ich hab mich, jetzt hab ich. Ich hab mich nicht gefeiert. Ja, ich hab neue Ange-Age-Age. Ja, ich hab dich nicht gefeiert. Wie alt bist? Wie alt bist? Hm, ich bin zwölf. Wie alt bist du denn? Ich bin auch zwölf. Ich bin auch zwölf. Wir haben die letzte Mal schon mal tiltet. Ich bin zwölf. 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 Ich bin der Kuss. Ich bin der Kuss. Ich bin der Kuss. Hey, wir sind die Team. Wir sind die Team. Die haben einfach geteamed. Ich bin der Kuss. Ich bin der Kuss. Zurück von dem beim beim beim起來en Antagonate Hören Sie sich mal, hier ist ein Teil davon zu spielen! Wir lassen Sie zum Ericken. Ok, hier geht es. Ah, ich hab. Ah, ich hab. Ah, ich hab. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. blöden Bruder hat, sorry, dafür. Ja, komm, ich hab dir auch schon vorhin die Antwort, aber ich glaub, da war's kurz weg. Ja, komm, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Ja, ich hab wieder komplett den Hedgehog-Modus aktiviert. Ja, sorry, alles gut. Was, die zweite FA? Ja, hab ich. Wie geht's? Gut. Noch noch einmal pures Gold, um probieren da was zu reißen, wenn ich im Spiel nur noch kreativ. Boah, Bock dann nicht mehr, ne? Junge! Junge, lass mich, lass mich mal wenigstens. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Du bist einfach so weh! Nein! Hm, ist sein Bruder gestört? Spaß! Und ich hab' meinen Ding jetzt mal nicht! Gehen wir mal direkt raus. Oder auch nicht, weil ich kurz das machen muss. Hm... ... ... Das war's für heute. 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 Ja, fuck her. Oh, diegült. Okay, GG, brother. Ei, stop! Ei, 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 ei. Ei, ei. Ja. Ei, ei. Guck, you're my elf. Guck hier, man, guck hier. Ah, ey, ich sag, fall auf, fall auf. Hello. Hello. Komm hier to me. Ich kann nicht mod werden. Ich gebe dir den Mord, aber ich kann dir auch den Mord entfernen, also mach keinen Scheifen. Du bist schon relativ im Namen. Ich stehe so. Hello, come here to me. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Uh-huh. Stop, stop, ei. Stop, stop, ei. Okay, okay. Cook hier, man. Cook hier, man. Ei, ei. Yeah. Yeah. Boy, you up. Boy, you up. Here. Cook hier, man. Cook hier, man. What? We are bad. Wir sind jetzt hier noch nicht. Wir sind jetzt hier noch nicht. Der Fortnite sucht hier also trotzdem auch ein Stück weit, auch wenn der ins Mod ist. Ich glaube, ich kann mich hier ganz schnell entfernen. also nicht mehr so ganz so, weißt du? Am besten wäre jeden Stream nur ein bisschen, damit du gucken kannst, wer beleidigt ist. Im Stream, wenn nicht. I ban streamer! Ahaha, Digga, eh, ich komm wieder. Also ich hab eigentlich... Pflichtfach. Genau, weil Pflichtfach, genau, irgendwie man das bei euch nennt. Auf jeden Fall, äh, hab ich dann niederländisch und jetzt komm ich ein bisschen mit dem englischen und mit dem niederländischen. Ist da zieht, dann lass doch... Aha. 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 I will go. You're a batman. Batman. You are lost. You are lost. Can you are the lost clan? Can you are the lost clan? Come on, come on, shh. Aha. 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 Ich komme Ich komme Nein, ich Ich komme 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 Was ist das? 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 Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. I have black knight. I have black knight. I have black knight, they killed. I have black knight, hey, 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 hey. I have black knight, hey, 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 es ist der biggie für mich mine Nein? 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 A few minis for me? A few minis for me? Please? What? Mini! Mini! Nein! Minishield Ah ok Thanks Oh my god Oh my god Oh my god Oh shit please No men! No men! No men! I have 8 kills I have 8 kills I have 8 kills That's one now Halt die Klappe 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 Ich gibt nur noch Die jeden Tag aktiv sind So Also nicht böse gemeint aber die halt Relativ Jeden Tag am Stille sind Das heißt nämlich so Jeden Tag so um die Stunde Halt die Klappe Das ist ein Halt Deswegen hab ich die Mott gegeben Deswegen hab ich die Mod gegeben Und das ist halt Wann Vielen Dank. 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 Ich misch mir die gerne mit 3 Kills plus die, die jetzt gleich noch kommen. So, nehmen wir uns hier noch. Können wir uns eigentlich schon wieder die Eier snäcken? Okay. Okay. Aber wieso trifft da alles? Ist ja komplett, oh Gott. Ja. Ja. Okay. 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 Machen wir mal rein in die Olga. Hey, willst du mit mir und einen Kollegen von mir zocken, Arena? Ähm, kommt drauf an. Ich habe den einen. Ich muss mir nur in die, ähm, nur mal in die, äh, in den, äh, in den, äh, in den, Elft Schitz schreiben. Wie du heißt. Ob ich wirklich schon als Freund habe ist vielleicht, vielleicht, noch nicht. Aha, so'n Ding ist das. Das ist Kufzeichen-Epic. Bei Fortnite sucht ich schon mal noch mein Epic-Name in den Chat. Sorry. Off the guild. Das ist Kufzeichen-Epic. Wait. Wait. Hä? Ja moin. Und einer mit Black Knight schimmelt. Der safe'n Ridge-Kind, Digga. Guck mal seine Pickaxe. Galaxy Pickaxe. Aha. Guck mal wer den Gegner auch noch holt. Was? Was ist denn das? Moin. Alter. Äh. 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 So. So, wenn ich bitten darf. Was ist das? Ja. So. 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 Andereey. Dislike. Warum? Warum ein Dislike? Ähm. Den wo ich blockiert habe. Den wo ich blockiert habe. Ähm. Mies. Ähm. Justin schickt mir mal dann ne FA. Darum so Bibel. Okay, aber hier. Entschuldigung. Jungen. Warte, jetzt gibt's Action! Jetzt können die Gegner sich auf was gefasst machen. Let's go! Achtung! Achtung! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 No joke, die größten Schwitzer. No joke. No joke, die größten Schwitzer. Oder Justin, lolbro, schreib mal, lolbro, schreib mal, wie dein Epic-Name ist. No joke, die größten Schwitzer. Oh Leute, auf jeden Fall würde mich mega freuen, wenn ihr alle mal ein Abo... Komm mal! Was? Komm mal! Was ist... Mini! Hä? Wie geht das? Mit wem spielst du? Niemandem. Warum? Wo ist Achilles? Guck, du musst einfach nur... Und dann... Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt klappt... Und dann nicht so einfach nur... Und ich spiel... Warte, guck... Du brauchst halt ein bisschen, um das zu klappen... Aber du musst genau in dem Moment dann da reingehen... Und dann... Und dann... Und dann wirst du Mini. Jetzt wirst du Mini. Ja, ey, noch nicht. Vielen Dank. Ich muss kurz mit einem Abonnent zocken. Der will mit mir unbedingt Arena. Ich muss kurz mit einem Abonnent zocken. Ich muss kurz mit einem Abonnent zocken. Hallo. Hallo, wie geht's dir? Gut. Bei dir? Bei dir? Ja, geht ja. Der eine sich schon für Löhre gekauft hat. Nee, der hat die Hälfte. Seid ihr gut? Gerne. Gerne. Okay, ich. Also wenn ich englisch bin, bin ich noch. Ich spiel mir direkt nach der Runde Arena. Ja, genau. Ja, genau. 4 wie viel wie wir es haben die überstattet und sich nun die als ob ihr alles alles verballert hat also warte wenn du mit 300 freunde hast und dass man ein paar anbinden wer hat im hintergrund aber ich bin hintergrund wenn er um meine pc ist Hallo? Was? 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 Nein, du. Na gar nicht. Ich mach jetzt mal kurz. Ich muss auch nicht kurz verlassen. Wir spielen morgen mit dir. Okay, versprochen. Ne, wann kommst du morgen? Morgen. Morgen. Kommt drauf an, wie lange ich schlafe. Okay, dann. Tschüss. 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 Hi, babe. Hi, babe. Hi, babe. Wer hat jetzt gesagt, Hi, babe? Ich. Ich. Deine Freundin da. Deine Freundin da. Ja, im Stream. Bei mir. Stream ist doch auch? Ja. Ja. Ich hab grad erst neu angemacht. Kleine Mitglieder mitgesucht. Kann ich bei euch im Clan rein? Kann ich bei euch im Clan rein? Ja. Musst du mich bewerten? Ja, ne? Bewerben. Wenn du willst, kannst du ein Bewerbungsvideo machen. Hm. Ich muss halt nur Majestic vor deinem Namen haben. Was muss ich? Was muss ich? Majestic vor deinem Namen. Wenn du drin bist. Ich muss noch Namen ändern. Ich war ja so faul, das zu machen. Ich auch. Ich bin aber so faul gerade dafür, auf diese Karteinstellung drauf zu gehen. Geht das doch, dass ich nicht meinen Namen ändern? Geht das nicht meinen Namen ändern? Hm. Hm. Muss geändert werden. Weil sonst muss ich 10 Euro bezahlen. Ich hab keinen Bock. Ich hab schon einmal umgeändert. Ich hab schon einmal umgeändert. Muss leider umgeändert. Bis. Irgendwann bin wir in die Ake in der Punkt erst mal nicht eingefallen. Muss los. Was habt ihr? Alles klar. Ich hab gar nicht viel. Ich hab gar nicht viel. Jetzt hab ich nur 1.900 Freunde, 2.000 Euro. Ja, ich hab 1.400, äh, 415. Ich bin nie wieder mit den einen Freunden. Ich hab jetzt 1.600. Ich hab jetzt 1.600. Ich hab jetzt irgendwo umgegangen. Aber woher schon? Ja, das sind ja keine. 20 Minuten, so ich. Na 20 Minuten, so ich. Äh, 40. Ja, aber ich krieg ja mal 20 Minuten. Sollte diese Runden, die geht darum, wie oft erstbehaltlich ich ins Rose gekommen bin. Ein Selbstverricht, denn. Ja, ich werde geslackt, ich werde geslackt. Ich liebe diese Skate. Ich liebe diese Skate. Ja, ich hoffe. Ja. Das tut doch keine Granaten, ey. Oh. Oh. Fuck. Wir schimmeln. Ich hab mich erwartet, dass wir reißen. Irgendwann schimmelt man denn. Warum? Seit ewig das Game wieder zocke. Seit paar Minuten. Leckt es mir nicht. Die ganze Zeit nicht. Loll. Ja, was ist das denn? Wie kann man in der Arena? Ja. Hm. Ich weiß nicht, wenn er fünf Punkte kriegt, aber was bringt sie jetzt? Wenn du Kills machst, kriegst du das hier in der Arena. bis zum nächsten Mal. Hallo. Hallo? Dürft ihr noch leid, äh, dürft ihr noch leid zocken? Kannst du lang zocken, ich weiß nicht, ob ich schmach, weiß nicht, ob ich schmach. Kannst du lang zocken, ich auch, du hast dann gezockt bis 8 Uhr morgens durch. 10, Digga, was ist los bei dir? Ohne schlafen, nicht schlafen. Ja, um 10 Uhr gehe ich dann pennen, bitte. Halt die Fresse, du brauchst dich bis 8 Uhr wieder schlafen. Äh, warum? Ich spiele bis 10 Uhr und dann gehe ich pennen. Ja, dann muss ich mich wieder lang. Ich schlafe bis 3, dann stehe ich ja auch. 5 Stunden schlafen. Morgens, warum? Ja! Ah! Irgendwo Arme. Sehr genau für euch, ich spiele 10 Uhr Arme. Seid so. Brauchst du in die Fresse? Die Fresse liegt. Lass mal, lass mal, ich schmach hier ok und dann gehen wir dahin. Lass mal fake it. Bisschen safer und ein bisschen abgut, sodass man bauen kann, wenigstens. Bauen brauche ich nicht. Ich brauche das Bauen gar nicht. Ich habe gutes Arme, aber ich baue auch. Ja, ich auch, aber wenn ich anfange zu spielen, dann ist mein Arme so crasht, weil ich kriege keiner die Fresse. Ja, ich habe einen richtig, heute habe ich ihn richtig vergewaltigt schon. So ein Ding ist das. Schattoid Moment. Schattoid Moment. Schattoid Moment. Schattoid Moment. Schattoid Moment. Schattoid Moment. Er hatte so viele Pistole. Ich war heute voll auf ihm. Kein Schuss. Ich will ja nichts sagen. Mein Zeiter von Schroren was er raus. Ähm. Jaja Ahne Ach du hin. Jaja es geht nicht mehr an. Es geht nicht mehr an. Es geht hier nicht mehr an. Si ja Du hast die Batterie verstörrt. Bisschen durch. Ein allerweise. Ich hatte heute Naals ginge, Hetz synagogue. Wie ohr schon mal so. Ich habe zwei Leute rubbing schälysen dieMak ent $ Aodes und yeah. eine ganz normale Runde einkriegt. Für mich nicht, Digga. Für mich müssen wir mittlerweile 50 sein. Für mich sind elf Kids eine normale Runde einkriegt. Ja, möchtest du sehen, dann kannst du ja jetzt auch mal elf Kids machen. Ja, dann hast du doch was? Hast du jetzt nicht mal was? Nein, gar nicht. Ich bin jetzt seit, ähm, den ganzen Tag schon, seitdem ich das für mich aufgeregt habe. Das Ding ist ja Battle Pass. Du bekommst irgendwie 2000 EP für eine Stabilo. Das bringt mir nichts, das bringt mir nichts. Ich brauch 11.000. Ich spiel. Welches Level bist du? Ich bin grad mal Level 35. Ich zock jeden Tag. Ja, das zock auch jeden Tag. Ich ne, ich ne. Ich nehme mal den Bigi, ne? Ja, das ist gar das Name. Ich lebe noch ein Bigi. Dann nehme ich einen Minchin. Du hast dann noch ein Bigi? Nein, nein, ich hab mich verfallen. Das ist ein Blauer. Das ist ein Blauer. Das ist ein Blauer. Wenn er gut ist. Ja, mach doch. Da haben irgendwo welche. Das ist ein Nipper. ich schieb jemand mit der guier ja voll low ich hab den hier und hin ab in oben oben hoch, oben abgeschauen, oben abgeschauen oben abgeschauen oben abgeschauen hab keine mack mehr ich hab 10 cool, nsdk, baller mich und schaff mich hab keine mack mehr mal helfen wer braucht mich nicht ich nicht ich nicht wirst du gerne einen pump haben du brauchst das Ding du knuckst da einfach mal nach rechts hin Dreck mal falsch haben Dreck mal falsch haben Dreck mal falsch haben Ja, den mag ich gerne hat jemand ein Pumpmonie oder S&G? Ja, S&G, ich hab eine Pumpmonie ich hab nicht mehr ich hab auch nicht mehr ich hab nur einen Pumpmonie gegeben ich hab nur noch einen Schuss im Nachhinein für S&G ja, ich hab gar keinen Schuss gefunden ja, ich hab gar keinen Schuss gefunden Da muss vielleicht noch mal einen Pumpmon-ch run mitspacken Kann ich ein paar Millis auf den Stalkn? Ich hab keinen Schuss gefunden Ja, ich hab einen Monie Gut, ich hab auch mal einen Hinger-Papier Wie gar nicht hat jemand einписiapmonie? Snipermonie? Snipermonie Snipermonie? ja, ein bisschen Die ist lecker Und ich hab noch ich hab auch eineviele Frust ich hab auch noch ein paar Monit für mich, wenn du brauchst. Ja, ich hab ein paar Monit für mich, wenn du brauchst. Ja, ich hab ein paar Monit für mich, wenn du brauchst. Digga, wer hat schon zu hoch? Ich. Ich. Lass mal, äh, da vorne hingehen. Lass mal, äh, da vorne hingehen. Zu den Paletten. Ähm, hier ist aufgestanden. Nicht aufgestanden. Äh, nicht beleidigen. Da waren wir drin. Sonst wird man streamen gewandt. Hä? Beleidigen doch. Beleidigen, was im Stream auch war. Außen. Ära lang. Das sind wir doch noch. Dass man nicht in dem Stream beleidigen soll. Dein Weltding beleidigt. Nein, weil, äh, beleidigt, äh, äh, du hast dann ein bisschen ein Ding auszuholen, den ein beleidigt. Das ist Spaß. Was, äh, war ihr? Dann kann, dann kann ich einfach vorne. Dein, äh, Ding, äh. Ach, egal. Wenn, dann, äh, es ist eben nur eine Verwarnung. Ja, Verwarnung. Wenn, das ist meine Schuld. Meine Schuld. Kannst du nicht so füllen, wenn du mir so weit über die Woche los spielst. Ach. So. Heile. Heile. Ich hab 500 Holz und 500 Steine. Ich hab 500 Holz und 500 Steine. Ich hab die ganze Zeit von hier in die Monos. Kann man immer 3 Holz? 3 Steine geben. 3 Holz? 3 Steine. Ja, komm. Komm. Oh, bin jetzt früh. Oh, bin jetzt früh. Oh, bin jetzt früh. Er lag noch Holz. Er lag noch Schlein. Er lag noch Schlein. Ich hab noch mal ein, mal ein Essen. Ich hab noch, äh, im Magazin 28. Also, ich kann noch, äh, ich kann noch 28. Und noch, also einmal full und einmal 28. Ist mir denn den ganzen Gegner verletzt? Ich hab nur Sorge schon, ne Google Schlein. Er sollte jetzt einfach tot. Ich bin krank mit Eagles, krank mit Eagles. Oh, ich führ auf, Digga. Ja, das ist so ein geiles Erinner mit. Kennst du mich eher als jetzt, in Schalter? Ja, ja. Ich bin gut googelt. Und so kommt. Hast du schon abonniert? Hast du schon abonniert? Also ich will nicht nur noch. Die Bra! Ich bin gerade in dem Urlaub. Lass uns Sorgen gehen, ja. Ja, geht noch kurz was raus. Wär jetzt geil, wenn wir direkt abonnieren. Ja, ich krieg nur mit kleinen Munitionsfass auf. Leute, alle vier Leute, die gerade auf ihren Bruder einfach mal einen Like droppen. Bistabonieren, bistabonieren. Schleichwerbo- äh, das sie? Ja. Lager vorher go. In Tunesien? Ja, sogar schieb mir in meine Papel in Tunesien. Ah, 13. Jetzt Konzentration. Konzentration. Habt ihr schon, äh, WM-Erfahrung? Ja, du bist hier, der ist in der Mitte da. Äh, äh, no. Einer White. Beide White. Oh, mein Gott, das ist gesmackt. Oh, nein. Ich bin richtig gut. Ja, hier, du gehst in den Schatten. Oh, ich bin richtig gut. 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 Hinter uns noch. Der ist. Ja, die sind überall gerade weg. Ich werde schon überall angeballert, unten mit der Minigun, bei den Containern. Ist das nicht praktisch? Ist das nicht praktisch? Von mir, alle von mir. Warum nicht? Warum überhaupt nicht? Ja, ich werde komplett von überall. Ja, überall. Das ist überall, glaube ich, schon zwei Seiten gelöst. Hier ist alles fertig. Oh, oh, oh. Da kommen noch welche. Ah, ich weiß nicht. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ekelhaftes Spieler. Ich kann ja nur mit Minigun spielen, das ist okay. Ekelhaftes Spieler. Digga, bei denen ist ja alles von denen. Hä? Ja, guck mal, ich werde schon zwei Seiten mit einem Minigun gelagert. Was soll ich denn noch? Oh, oh. In Tausend. Da bringen die meine Mets auch mit dir. Machst du noch was? Ich hatte auch irgendwie. Ich hatte auch irgendwie. Ja. Noch was Mets, aber Digga, der eine hat einen. Ja. Dann machst du auch noch Dich. Was? Machst du auch noch Dich, doch. Dann kriegen wir die Trios, die noch durchziehen. Die noch durchziehen. Ja, ich hatte die ganze Nacht Dich. Ich kann's mir leisten. Oder hast du schon Schule? Hast du schon Schule? Nein, nein, ich hab noch eine Schule, aber ich weiß nicht, wie lange ich sterbe. Ich weiß drauf. Wie lange seid Du? Schwedien. Schwedien. Schwedien kann man so lange machen, wie man will, ganz ehrlich. Wie alt seid ihr? Wie alt seid ihr? 13. Ich auch. Ich bin 12. Ich bin 12. Ich bin jetzt erst 14, Digga. Das besser ist immer, wenn ich Geburtstag komme. Ich muss ein Jahr warten. Also bis zum 1. 1. Bis ich wieder Geburtstag habe. Dann muss ich bis zum 1. 1. Jahr wieder warten, bis ich wieder Geburtstag habe. Weißt du, wie abfotten das ist? Ich glaube, ich bin sogar älter als Du, oder? Wann wirst Du geboren? 2. 5. Wann wirst Du geboren? Wann wirst Du ein Jahr älter als Du? Jetzt wirst Du 6 geboren. Boom, Digga. Ich hätte Dich auseinander genommen. Dafür könnte ich mehr Sachen machen als Du. Wenn wir jetzt verkacken, dann lassen wir gleich kreativ. Wenn wir jetzt verkacken, ist alles schlitzig. Du kleiner Rüder. Wenn du nicht kommst, ist wieder raus. Ich kann ja leider nicht beleidigen. Ich würde mich jetzt richtig schön schaffen. Komplett in den Boden beleidigen. Ja, mach doch. Nee. Wenn du nichts beleidigen kannst, kann man nichts beleidigen. Wenn du nicht fliehst, beleidige ich dich komplett weg. So, Faiten oder Saiten? Faiten oder Saiten? Egal. Faiten, 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 Faiten! Dann kannst Du wieder holen, dass das Ding los ist. Oder ich will das schon. Oder ich will das schon. Oder ich will das schon wieder. Ich nehme den. Sonst wird uns gleich jemand holen. Sonst wird uns gleich jemand holen. Damit. mit. Da bin ich. Ach, da bin ich. Der Pocken kommt, geht in meinem Fall. Hallo. Hast du denn gerade das zerstört? Nein, der einer hat das gemacht. Der einer hat das gemacht. Der ist jetzt abgehauen. Nein. Das war keine Waffe. Ja, gib mir den. Das war keine vernünftige Nachgangsangelegen. Außer euch von mir. Ich hab... Ich hab ne Nachgang Waffe. Ja, hier bei mir ist einer. Oh, da läuft einer ohne Waffe. Okay, doch. Er hat ne Waffe. Kann jemand ähm. Kann jemand ähm. Oh, komm schon. 70. Er ist wenig. Der eine hat nur ne Take. Nein, also nur. Der hier hat ne K. Ich hab' den Tommy an. Wo hat das Böse? Hm. Hol' mal ne Karte! Hol' mal ne Karte! Wo muss man von unten kommen? Korreball! Hol' mal ne Karte schon und dann äh... Schöne Nischchen. Hä? Hä? Ey, die hacken! Ich schwöre es dir! Schmelde. Wie können die dich in den Dings sehen? Schmelde. Ich auch. Schmelde. Wie heißt der? Oh. Der hat Zahnweide. Hm. Ja, moin! Der eine glitscht sich... runter. Want. Und. Popfen. Funde. Lass mal Teams noch mal zocken, einfach mal. Und lass kurz kreativ, ihr zwei gegen mich. Ich habe nur die Freunde, die ich persönlich kenne. Wollt ihr kreativ, zwei gegen eins gegen mich? Ich weiß ja nicht, wer hat Philip gemacht. Hört der uns oder was? Das weiß ich. Philip, wenn du uns hörst, tanzt mal, du Fisch. Okay, leider hält er uns. Ja, du kannst pennen gehen. Also es... Philipp, leben Sie noch? Kommt mal bei mir rein. Zwei gegen eins auf meiner Map. Philipp, hörst du mich? Philipp, wenn du mich hörst, kommt Porti dann den Ring, oder? Kommt mal bei mir. Kommt mal, warum redest du nicht? Ich bin dein Bruder wieder im Zimmer. Gegend, du Pogel! Ja. Da unten mein Bruder, oder mein Bruder. Jetzt viele Komma Porti noch in die Lasse machen. Ja, mach ich noch. Habt ihr gesagt? Viele Komma Porti. Viele Komma Porti. Gleich, gleich. Jetzt. Jetzt. Boah, ich kann nicht sparen, Alter. Wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Vielen Dank. 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 Tschüss. Ja, wir machen... ... 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